Falls ihr keinen Plan habt, warum in der Abo-Box kein neues Video erscheint, überprüft einfach eure Benachrichtigung. Und damit willkommen zurück, meine lieben Freunde. Crazy is back. Mit einem neuen Video im Gepäck. So schaut es aus. Willkommen zurück zu For Honor. Jawohl. Wir haben jetzt im letzten Teil das Tutorial gespielt. Und ein wenig von der Story, beziehungsweise das erste Kapitel 1.1. Und jetzt stehen wir natürlich vor 1.2. Ritter natürlich. Und ich würde sagen, wir machen auch gleich direkt weiter. Schön, dass ihr auch wieder am Start seid, meine lieben Freunde. Das freut mich wirklich sehr. Und ja, here we go. Gar nicht so viel Schnacken, Koppelnacken. Probiere neue Gaben aus. Vor jeder Mission kannst du wählen, welche Gaben du ausrüsten möchtest. Teste verschiedene Spielstile, indem du Tasten, den Tasten, Steuerkreuz, die jeweiligen gewünschten Gaben zuweist. All righty. Das ist ja schon mal heilen, das ist nicht schlecht. Präzisionsschläge Stufe 1. Passiv. Alle deine Angriffe richten 5% mehr Schaden an. Aha. Was haben wir denn noch? Schnelle Erholung. Deine Ausdauer regeneriert sich etwas schneller, wenn du ruhst. Blutdors. Passiv. Heldenskills erhöhen für 15 Sekunden Angriffe und Verteidigung. Okay, das war's. Ja, das ist jetzt natürlich die Frage. Ich denke mal, das mit der Ausdauer wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ja komm, nehmen wir erst mal so. Here we go. Das mit dem Heilen lasse ich auch nochmal drinne, weil ich denke mal, das ist gar nicht mal so schlecht. Und dann würde ich mal sagen, here we go. Die Schlacht war schon so gut wie verloren. Das musste ich ändern. Na, wenn ich die Verstärkung sein soll, da haben sie sich aber echt, glaube ich, fast ins eigene Fleisch geschnitten. So, ich gucke mich natürlich nochmal ein bisschen um. Wir haben jetzt hier zwei Ziele. Kann natürlich auch sein. Oh, ich sehe gerade, wir haben hier auch ein Zielkreuz oder Zielpunkt besser gesagt. Töte Gegner, um deinen Kriegern zu helfen, die Front zu verschieben. Ja, das kennen wir auch schon. Äh. Ah, ah. Au. Er haut das Schwert mit dem... Oh. Na. Mit dem Griff voll in den Schädel rein, Alter. Nicht schlecht. Ihr Schweinebacken. Das ist unser Point. Au. Oh, hier ist wieder ein richtiger. Okay. Au, 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 au. Okay, haben wir. Ah. Sehr gut. Oh, hier ist einer, glaube ich. Hier braucht einer Heilung. Here we go. Here we go. Ah. Achso, mein Ziel ist jetzt auch schon wieder woanders, sehe ich gerade, oder? Ah, nee, da ist auch noch ein Ziel. Ich habe hier so viele Ziele. Hilfe. Laufen wir erstmal hier zu dem hin. Oh, hey, buddy. Ah. Wah, 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 wah. Au, jetzt habe ich überhaupt nicht aufgepasst. Fuck you. Jetzt habe ich natürlich nicht die Augen aufgehalten. Angriffe mit dem richtigen Timing verfügen über verknüpfende Animationen. Drücke, äh, starte, um die Aktionsliste der Helden zu sehen. Okay. Woah, 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 woah. Okay, so ein bisschen Kombos habe ich ja schon drauf. Oh, was, ihr seid auch noch Gegner? What the hell? So viele. Komm her, hey, komm mal runter hier. Komm. Oh, er ist ausgewichen, die Sau. Oh. Komm schon, greif mal an hier. Ah, ah. Oh. Au. Oh, shit. Der ist, der ist aber echt gut drauf, der Junge. Holy shit. What the hell? Er ist ja voller Dancer, Alter. Hier. Heilung. Hahaha. Mein Freund, was hältst du denn davon? Er kommt da auch nicht weg, die Sau, ne? Machen wir es halt so. Okay. God damn. Mh. Nice. Nice, nice. So, jetzt seid ihr dran. Kommt mal her, ja. Hä? Mr. Big Boy. Ich muss die Flanken erobern. Hä? 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 Oh. Oh. Okay. Dome Sau. Okay. Oh, das ist Loot. Loot will ich mitnehmen. Katapult. Aha. Wir fehlen ein Katapult. Äh, was? Okay. Knauze. Ja. Verdammten Bogenschützen, ihr Feiglinge. Kämpft richtig und geht mal in die Menge rein, ihr Schweinebacken. So. So, was ist das hier mit dem Katapult? Ah, ah, okay, okay, okay. Damit kann ich dann also zielen. So, komm mal her, ja. Ja, ja, machen wir gleich. Bogenschützen können wir gleich. Oh. Oh, mein Freund. Diesmal lasse ich die nicht so einfach kämpfen hier. Ah. Auf die Schnauze. Immer drauf. Oh, nice. Down mit dir. Oh, da ist Big Papa. Den hab ich ja gar nicht gesehen. Oh. Na komm. Schweine. Lass mich in Ruhe. Okay. Der gehört auch uns. Hier ist noch ein bisschen Loot. Loot ist immer gut. Das sind unsere jetzt, ne? Ja, okay. Okay. Wurde grad sagen so. Hä? Nice, das haben wir. Ähm, aber jetzt dieser eine. Ich weiß nicht, war das ein Wikinger, der mit seinen Doppel-Exten da auf jeden Fall hat? Der hat mir auf jeden Fall schon mal ordentlich, äh... Auf die Schnauze gesehen. So. Okay, wir haben hier jetzt so viele, äh, äh, Sachen, die wir jetzt hier machen können. So, warte mal. Blau ist ja jetzt gegen uns, ja? Jetzt möchte ich mal hier diesen Dings ausprobieren. Here we go. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, ho, ho, ho. Nice. So, können wir da hoch? Ja, können wir. Müssen wir da hoch? Nö, da müssen wir hoch. Okay. Wow. Diese scheiß Bogenschützen. Da werde ich jetzt mal gepflegt hochstratzen. Hier, Jungs. Heilt euch mal. Ach, hab ich nicht mehr. Okay. Ups. Sorry. Benutze die aufgeschalteten Gegner, äh, einen schweren Angriff des letzten Schlages, um die... Achso, zu exekutieren. Ja, das weiß ich doch jetzt auch schon. Okay. Ah. Ah. Au. Hey, mit dir hab ich noch gar nicht... Wollte ich noch gar nicht spielen, du dumme Sau. Komm schon. Du greifst immer von oben an, ne? Sehr komisch. Komm her, Buddy. Was aber hier schon mal, äh, ich sag mal fair gemacht ist, dass nicht alle auf einmal angreifen, sondern wirklich Manu a Manu. Das find ich sehr cool. Oh. Komm her, Buddy, komm. Au. Rache. Okay, das war easy. Wah. Jawoll. Neues Missionsziel. Jetzt haben wir da unten nochmal was. Wir waren im Vorteil. Es brauchte nur noch eine letzte Anstrengung. Äh, wo ist denn die Leiter hier? Und einer der besten, den ich je sah. Ups. Ich hab ihn aus Versehen runtergeschubst. Sorry, my bad. Zonenangriff? Was ist das? Oh. Achso, das sind ja unsere. Ups. Ups. Sorry, Leute. Zonenangriff. Oh, yeah. Ja. Oh, hier ist schon wieder so einer. Okay. Au. 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 Oh, jetzt kommen auch noch zwei. Oh. Komm. Und good night. Wo ist der andere hin? Da. Achso, das war... Ups. Okay, wisst ihr was, Leute? Wisst ihr was? So. Good night, motherfuckers. Good night. Oh, yeah. Einfach mal rein in die Menge. Jawoll. Zack. 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 Oh, oh, hey, buddy. Oh, sorry. Nice. Exekutieren die dumme Sau. Jawoll. Ha, 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 ha. Woo. Love it. Was für ein Ding? Okay. Du willst also kämpfen gegen mich. Wow, 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 wow. What the hell? Ihr Schild hat gerade so komisch geblinkt. Magie her. Ah, ah, oh, what? Oh, what? Oh, okay. Da kriegst du erstmal einen ab. So, komm. Mach das nochmal. Au. Oh, okay. Down you go. Nice. Woo. Holy shit. Die war zornig, die alte. Haha. Au. Deswegen hat er auch auf Verstärkung gewartet, oder was? Ja, nee, ist klar. Haha. Wonderful, meine lieben Freunde. Auch die Mission haben wir geschafft. Sehr schön. Und, ähm, also das, was ich bisher jetzt spielen durfte, das war ja jetzt das Tutorial. Mission 1.1 und jetzt Mission 1.2. Und, ähm, ich muss wirklich sagen, es gefällt mir gut. Ähm. Die Kampfsteuerung ist, wie gesagt, noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich muss sagen, sie ist doch recht einfach, wenn man halt sich dran gewöhnt. Ähm. Ja, mir gefällt's bis jetzt. Ich hoffe euch auch. Äh, und ja, ich hoffe, der Part hat euch auch wieder ein wenig gefallen. Ich werde jetzt hier einen Cut machen. Und, ähm, ja. Hoffe, dass ihr auch wieder beim nächsten Part dabei seid. Und, ähm, ja, schön, dass ihr am Start gewesen seid. Ihr seid die Besten. Ich danke euch dafür. Und, ähm, ja, stay crazy. So sieht es aus. Ich bin wieder raus. Die Wikinger hatten wir in die Flucht geschlagen. Und während unserer Aufräumarbeiten besiegten wir auch die Reste der versprengten Legionen und vereinten sie unter der Fahne von Schwarzenfels. Ich glaube, der Wächter hatte einige Probleme mit unseren Methoden. Und, ähm. Ja.